Ja, willkommen oder willkommen zurück zum Thema Syntax. Jetzt wollen wir uns anschauen, welche Arten und welche Formen von Sätzen gibt es. Also die Frage, welchen Inhalt hat der Satz, was kann ich mit dem Satz machen, was kann ich damit zum Ausdruck bringen und die Frage, wie ist der Satz formal gestaltet, Klammer auf, als Teaser, das hängt auch wiederum sehr stark von finitem Verb und von dessen Stellung ab. Die Frage nach der Satzart, also die Frage nach der Semantik könnte man vielleicht auch sagen, ergibt sich eigentlich relativ leicht zum einen daraus, was man mit dem Satz machen kann und zum anderen auch noch, aber das ist nicht der Primaindikator, am Satzzeichen. Der klassische Fall eines Satzes ist der Aussagesatz. Also der Satz, mit dem eine Aussage getroffen wird, zum Beispiel, ich habe schon ein Weihnachtsgeschenk für dich, das ist eine Aussage über die Welt, die man als faktisch annimmt und damit deklariert man etwas, also man erklärt etwas, also man hat einen Deklarativsatz. Dort ist es üblich, dass die finite Verbform an zweiter Stelle steht und dass wir an irgendeiner Stelle ein Subjekt haben, aber eben auch andere Satzglieder, also ein sozusagen herkömmlicher Satz, der so beschaffen ist, wie wir ihn uns bei der Satzgliedanalyse gerade angeschaut haben. Eine weitere Möglichkeit ist die Frage, also der Fragesatz oder Interrogativsatz. Der Interrogativsatz fragt nach etwas, also hast du ein Geschenk für mich besorgt? Es geht also darum, eine Information zu bekommen vom Angesprochenen. Dann haben wir den Imperativsatz, den Aufforderungssatz und Imperativ, den haben wir ja schon als einen sogenannten Modus des Verbes oder Halbmodus des Verbes kennengelernt, also die Form, mit der jemand anders zu einer Handlung aufgefordert werden soll. Dieser Satz kennzeichnet sich unter anderem dadurch, dass wir natürlich eine solche Imperativform auch haben und die steht dann am Anfang des Satzes. Dann haben wir noch den Fall des Desiderativsatzes, also des Wunschsatzes. Man drückt einen Wunsch aus, etwas, ja, was schön wäre, wenn es so ist, nämlich zum Beispiel, wenn ich doch nur wüsste, was ich geschenkt bekomme. Und dann haben wir sogenannte Exklamativen, Ausrufesatzen, Ausrufesätze, die terminologisch bitte nicht mit den Aufforderungssätzen zu verwechseln sind. Ausrufe sind sehr stark emotional oder gefühlsbetonte Sätze oder Aussagen, die ja auch bestimmte Stimmung zur Geltung bringen, zum Beispiel eben, was ich für ein tolles Geschenk bekommen habe. Nach diesen fünf Arten können wir Sätze nach ihrem Inhalt, ihrem Gebrauch bestimmen. Das Zweite, was wir uns angucken wollten, ist die Satzform. Und da müssen wir auch nochmal unterscheiden, nämlich zwischen der Satzform des Hauptsatzes und der Satzform des Gesamtsatzes. Wir fangen an mit der Satzform des Hauptsatzes und die wird bestimmt nach dem sogenannten Stellungsfelder-Modell. Das Stellungsfelder-Modell geht davon aus, dass Deutsch eine sogenannte Fünf-Felder-Sprache ist. Im Zentrum dieser fünf Felder, aus denen der Satz besteht, beziehungsweise in, die wir einen Satz untergliedern können, steht die sogenannte Satzklammer. Und die Satzklammer umfasst alles zwischen der linken und der rechten Satzklammer. In der linken Satzklammer steht in der Regel das finite Verb oder es kann auch eine Subjunktion drinstehen, aber in der Regel haben wir dort das finite Verb. In der rechten Satzklammer könnte ein weiterer Bestandteil des Prädikats stehen, die also nicht finit sind, also infinit sind. Die rechte Satzklammer muss aber nicht ausgefüllt sein. Die linke Satzklammer hingegen ist im Normalfall ausgefüllt. Alles, was vor der linken Satzklammer steht, nämlich genau ein Satzglied, maximal ein Satzglied, ist das sogenannte Vorfeld. Alles, was zwischen der linken und der rechten Satzklammer steht, ist das sogenannte Mittelfeld. Dort können beliebig viele Satzglieder stehen. Und dann haben wir noch das Nachfeld. Im Nachfeld stehen eigentlich nur Nebensätze. Und auch das Nachfeld muss natürlich nicht besetzt sein. Wir versuchen mal unsere Beispiele, die wir gerade hatten, da einzuordnen. Ich habe schon ein Weihnachtsgeschenk für dich. Das ist also ein ganz normaler Hauptsatz. Habe ist hier die finite Verbform. Die steht in der linken Satzklammer. Davor ein Satzglied, nämlich ich als Subjekt. Und im Mittelfeld die übrigen Satzglieder, schon ein Weihnachtsgeschenk für dich. Innerhalb dieser Satzglieder können wir beliebig tauschen. Es ist auch irrelevant, in welcher Reihenfolge die Satzglieder da stehen. Zumindest aus syntaktischen Gesichtspunkten ist das irrelevant. Es spielt auch keine Rolle, welche das sind. Da die Frage ja manchmal aufkommt, ob ihr für die Klausur alle 32 Satzbaupläne beherrschen müsst. Die müsst ihr also genauso wenig auswendig beherrschen, wie die 39 Upload rein. Aber es geht letzten Endes dabei darum, zu verstehen, dass die Muster, nach denen ein Satz gebaut werden kann, sehr vielschichtig sind. Und dass wir unterschiedliche Satzglieder miteinander kombinieren können. Gerade dieses Mittelfeld im Stellungsfelder-Modell ist eigentlich der Ort, wo teilweise sehr, sehr viele Satzglieder gebündelt vorkommen. Und auch beliebig ausgetauscht werden können. Die Frage, die wir uns beispielsweise dann aus konstruktionsgrammatischer Sicht bei solchen Modellen stellen können, also bei solchen Ordnungsschemata von Sätzen oder Satzbauplänen eben, ob schon dieser Satzbauplan an sich, ob schon dieses Muster eine Bedeutung mitbringt. Aber für unseren basalen Standpunkt geht es einfach nur um die Kernaussage. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Satzglieder im Deutschen zu kombinieren. Schauen wir uns mal das zweite Beispiel an. Hast du auch ein Geschenk für mich besorgt? Dort haben wir also einen Fragesatz. Und der Fragesatz beginnt mit dem finiten Verb. Und das steht hier in der linken Satzklammer. Eine Vorfeldbesetzung haben wir demnach nicht. Der Satz beginnt mit der linken Satzklammer, mit dem Verb. Alles andere, was danach kommt, ist im Mittelfeld. Bis hin dann zum nicht finiten oder infiniten Bestandteil des Verbes oder des Prädikats, besser gesagt. Nämlich besorgt. Das steht in der rechten Satzklammer. Beim Imperativsatz, auch der beginnt mit der Verbform Schenk. Also auch da ist das Vorfeld nicht besetzt. Und wir haben aber im Mittelfeld auch wieder mehrere Satzglieder, die sich dort bündeln. Dann haben wir diesen Desiderativsatz, wenn ich doch nur wüsste, was ich geschenkt bekomme. Das wenn als eine Subjunktion steht hier in der linken Satzklammer. Im Mittelfeld stehen die restlichen Satzglieder. Und hier steht die finite Verbform ausnahmsweise in der rechten Satzklammer. Das ist also wirklich ein Ausnahmefall. Und dann haben wir eine Nachfeldbesetzung eben durch einen Nebensatz. Unser letztes Beispiel, das wir uns gerade angeschaut haben, was ich für ein tolles Geschenk bekommen habe. Dort bildet das Was als Relativpronomen das Vorfeld. Hier ist die linke Satzklammer tatsächlich unbesetzt. Im Mittelfeld stehen die übrigen Satzglieder. Und unter anderem eben das finite Verb steht in der rechten Satzklammer, also habe. Nach diesem Stellungsfelder-Modell können wir jetzt also unsere Sätze in drei große Kategorien einordnen. Nämlich nach der Frage, wie gesagt, der Stellung des finiten Verbes. Und der Stirnsatz, also die Sätze, die mit dem finiten Verb beginnen, die also eine Verberststellung aufweisen, sind immer diese Imperativsätze zum einen. Und zum anderen, aber nicht zwangsläufig, werden wir gleich noch sehen, auch Fragesätze. Also schenk mir etwas zu Weihnachten. Hast du auch ein Geschenk für mich besorgt? Die finite Verbform steht an erster Stelle. An zweiter Stelle haben wir den Kernsatz, wo das Verb an zweiter Stelle steht. Und das ist der Normalfall. Also wir haben ein Subjekt zum Beispiel oder etwas anderes, das im Vorfeld steht. Und dann steht in der linken Satzklammer an zweiter Stelle das finite Verb. Ich habe schon ein Weihnachtsgeschenk für dich, also der Normalfall des Kernsatzes. Aber es gibt auch Fragen, die mit einem Interrogativpronomen beginnen. Das haben wir uns schon angeschaut. Auch die sind natürlich Kernsätze. Der dritte Fall, also das, was ich gerade schon als Ausnahme benannt habe, der Spannsatz. Dort lässt die definierte Verbform sehr lange auf sich warten, nämlich bis zur rechten Satzklammer. Dann haben wir eine Verb-Letz-Stellung, unabhängig, da wir ja den Hauptsatz betrachten, im ersten Beispiel von diesem Nebensatz. Dieses Wüste steht in der rechten Satzklammer. Und damit letzten Endes zum Schluss des Hauptsatzes. Und damit ist es ein Spannsatz. Genauso wie der andere Satz, was ich für ein tolles Geschenk bekommen habe. Nun gibt es aber, wie ich gerade schon gesagt habe, noch eine zweite Möglichkeit der Klassifikation der Satzform, nämlich, wenn man sich den Gesamtsatz anschaut, nämlich in seiner Komplexität. Ein Satz kann ein ganz normaler Hauptsatz sein. Also, ich habe schon ein Weihnachtsgeschenk für dich. Das haben wir uns jetzt oft genug angeschaut. Und da geht es also einfach nur darum, eine Aussage zu haben und Punkt. Es gibt aber auch die Möglichkeit des zusammengesetzten Satzes. Und da zum einen die Satzverbindung, wo also mehrere Aussagen oder mehrere Fragen oder mehrere Sätze einfach miteinander verbunden werden. Und zwar parataktisch, also auf derselben Ebene. Zum Beispiel mit der Konjunktion und. Ich habe schon ein Weihnachtsgeschenk für dich. Und der Baum ist auch bereits geschmückt. Da haben wir zwei Hauptsätze. Also zwei Sätze auf derselben Ebene, die genauso verbunden sind mit der Konjunktion und, wie wir sie mit der Konjunktion oder verbinden können. Oder zum Beispiel auch mit der Konjunktion denn. Also zum Beispiel, ja, denn der Baum ist bereits geschmückt. Dort haben wir einen ganz normalen Hauptsatz. Definite Verb vom steht an zweiter Stelle. Demzufolge ist das eine Konjunktion, die zwei Hauptsätze verbindet. Viel häufiger werden wir aber antreffen eine sogenannte Hypotaxe, also ein Satzgefüge. Ich habe schon ein Weihnachtsgeschenk für dich, weil ab nächster Woche die Läden geschlossen sind. Dort haben wir diesen Satz, weil ab nächster Woche die Läden geschlossen sind, als einen untergeordneten Satz, sprich als einen Nebensatz, der hier mit dem Hauptsatz davor verbunden wird. Also wir haben eine sogenannte hypotaktische Relation, eine Nebenordnung. Und so ein Gebilde nennen wir also dann ein Satzgefüge. Das muss nicht nur ein Nebensatz sein, das können auch mehrere sein. Es können auch innerhalb dieser Nebensätze wieder untergeordnete Nebensätze existieren. Es können zwei gleichgeordnete Nebensätze untergeordnet sein. Insgesamt sprechen wir in dem Fall trotzdem von einer Hypotaxe, also von einem Satzgefüge. Es gibt sozusagen, das ist dann aber schon literarisch markiert, den Fall der Periode, wo wir also schon eine Art Geflecht haben an Hypotaxen und Parataxen, beziehungsweise ein Geflecht an Haupt- und Nebensätzen. Das ist aber für unsere Problemstellung nicht relevant und es ist auch nicht fix markiert. Oder fix definiert, besser gesagt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit des Satz-Äquivalents. Auch das lässt sich relativ schnell an so einem Beispiel wie Hallo Weihnachtsmann festmachen. Wir haben also elementare Bestandteile eines Satzes nicht. Wir haben zum Beispiel kein Prädikat. Ob wir hier ein Subjekt haben, darüber können wir streiten. Eher nicht. Also wir haben hier zum Beispiel eine elliptische Konstruktion oder ähnliche Syntagmen, die eigentlich ihrer Form nach nicht wirklich ein Satz sind, aber funktional doch irgendwie so funktionieren. Guten Tag und Tschüss sind an sich natürlich Sätze, auch wenn sie kein Verb haben. Und in den Fällen sprechen wir vom Satz-Äquivalent. Soviel also zur Frage Satzart und Satzform. Und diese Frage nach den zusammengesetzten Sätzen, speziell nach den Hypotaxen, leiden sozusagen schon zum nächsten Video über. Also sozusagen Syntax 3, wo wir uns dann beschäftigen werden mit der Bestimmung von Nebensätzen. Bis dahin. Vielen Dank. Vielen Dank.